Was ist ein blutendes Magengeschwür? Ein Geschwür, das voranschreitet und an der Magenwand frisst, kann in der Nähe befindliche Blutgefäße beschädigen und zu einem blutenden Magengeschwür werden. Die häufigste Ursache für dieses Problem ist, wenn ein normales Ulkus unbehandelt bleibt und sich verschlimmert. Patienten, die an dieser Komplikation leiden, können zunehmend schwächere Symptome erleben, von Bauchschmerzen über Blut im Stuhl bis zu schwerer Anämie. Die Erkrankung ist potentiell gefährlich und in manchen Fällen sogar tödlich. Die Behandlung sollte von einem Arzt überwacht werden. Die Auswirkungen eines blutenden Magengeschwürs werden in der Regel schwerwiegender, wenn sich der Zustand verschlechtert. Für einige kann der Zustand sehr schmerzhaft sein, während in anderen die Blutung als Barriere für die Magensäure wirken kann und tatsächlich Schmerzen lindern kann, was die Schwere des Problems verschleiern kann. Die Patienten können sich übergeben oder Blutspucken oder haben Stühle mit Blut darin. Anhaltende innere Blutungen können zu Anämie führen, wodurch die Person oft müde wird und abnehmen kann. Wenn der Blutverlust übermäßig ist, kann eine Bluttransfusion erforderlich sein? In den extremsten Fällen können Patienten das Bewusstsein verlieren oder sogar sterben. Bestimmte Verhaltensweisen können Patienten mit Geschwüren ein höheres Risiko für die Entwicklung eines blutenden Geschwürs verursachen. Insbesondere das Rauchen erhöht die Magensäure, wodurch sich das Geschwür verschlimmern und die Heilung erschweren kann. Alkohol und Koffein wirken sich auch nachteilig auf ein Geschwür aus. Stress ist auch ein Risikofaktor. Die Erstbehandlung eines blutenden Magengeschwürs erfolgt mit Medikamenten. Die am häufigsten verwendeten Medikamente sind als Protonenpumpenhemmer bekannt. Sie verringern die Menge an Säure, die produziert wird, was wiederum die Heilung des Geschwürs unterstützt. Schmerzmittel können verwendet werden, obwohl nicht der eutale Entzündungshemmende Medikamente oder NSAIDs vermieden werden sollten, da sie das Problem verschlimmern können. In Fällen, in denen das Ulkus durch die H-Pylori-Bakterien verursacht wurde, können auch Antibiotika erforderlich sein. Manchmal ist eine Operation erforderlich, um ein blutendes Magengeschwür zu reparieren. Eine der gebräuchlichsten und erfolgreichsten Techniken ist die Endoskopie, bei der ein Endoskop verwendet wird, um das Geschwür durch Kauterisieren zu lokalisieren und zu reparieren. In einigen Fällen muss die Prozedur wiederholt werden, wenn der erste Versuch nicht erfolgreich ist. Wenn Wiederholungsversuche nicht funktionieren, besteht eine andere Alternative in der Bauchoperation, um das Geschwür zu verschließen.